Willkommen in meinem Dachstudio. Das Lied, das ich heute vorstellen möchte, ist ein sogenanntes Spiellied. Wir haben das einmal in einem Gottesdienst durchgespielt mit dem Kinderspielkreis. Das waren lauter so kleine Kinder. Drei davon haben die drei Weisen aus dem Morgenland gespielt und die anderen Kinder haben den drei Weisen, die sich auf die Reise machen wollten, die Dinge gebracht, die sie auf die Reise mitnehmen sollten und wollten. Drei Weise fern im Osten, die sehen einen Stern. Sie deuten ihm als Zeichen des Neugeborenen, Herr, sie packen ihre Sachen, denn alle drei wollen ganz geschwind sich auf die Reise machen. Nach Bethlehem zum Kind, nach Bethlehem zum Kind. Der Erste nimmt den Koffer und was packt er hinein? Zunächst mal was zu essen, man wird ja ruhig sein. Eine Bürste für die Haare und eine Bürste fürs Gebiss und dann eine Tasche und Lampen, falls es mal dunkel ist. Falls es mal dunkel ist. So dann einen Pullover im Fall von Schnee und Eis und eine kurze Pose. Wer weiß, vielleicht wird's heiß. Und für den Weg nen Atlas, damit er was er sucht, auch find. Und eine Tüte Bonschitz und Mürre für das Kind. Und Mürre für das Kind. Der Zweite nimmt den Koffer und was packt er hinein? Eine Tafel Schokolade. Was Süßes, das muss sein. Dazu ein Fläschchen Rotwein, weil es ja was zu feiern gibt. Und weil er ganz grundsätzlich ein Gläschen Rotwein liebt. Ein Gläschen Rotwein liebt. So dann auch einen Mantel mit einem warmen Schal. Und Wanderschuh, die braucht man ja doch auf jeden Fall. Und eine Pudelmütze, die schützt vor Regen, Schnee und Wind. Und warme Unterwäsche und Weihrauch für das Kind. Und Weihrauch für das Kind. Der Dritte nimmt den Koffer und was packt er hinein? Und ein Stückchen Räucher schicken. Schön zart und nicht zu klein. Dazu zwei Dosen Mettwurst für alle Fälle. Man weiß nie, was unterwegs so sein wird. Schon besser man hat sie. Schon besser man hat sie. So dann Messer und Gabe. Man ist nicht wie ein Schwein. Und Hemden, Schlips und Weste. Was sein muss, das muss sein. Dazu noch Schwamm und Seife, die für ihn unentbehrlich sind. Und Kamm und Nagelfeile. Und dann das Gold fürs Kind. Und dann das Gold fürs Kind. Der Weg, den sie beginnen, führt über Berg und Tal. Sie nehmen ihre Koffer und winken noch einmal. Wir rufen gute Reise und immer reichlich Rückenwind. Sag, dass wir auch bald kommen nach Bethlehem zum Kind. Nach Bethlehem zum Kind. Ja, ein Lied, das viel Spaß gemacht hat bei der Aufführung. Damit grüße ich alle Alten, denn das Lied ist unterschrieben mit den kleinen Enkeln zu singen. Also wer das kann, der möge das tun. Und dann einen herzlichen Gruß an alle, die jetzt sich auf den Weg machen zum Kind. Bis dann. Tschüss.